Ho, ho, ho und willkommen bei dem komischen Adventskalender mit Barclay und dem Borgsdra. Komisch. Ja, und heute hat uns der Weihnachtsmann zwei wunderhübsche Ladies geschickt. Damen, Mädels, wie nennt man das heutzutage? In Jugendsprache. Wie darf man das heutzutage? Bullen. Zwei Bullen geschickt. Einmal die Kimba. Hallo. Und einmal Borahe. Ja, toll. Sehr schön. Schön, dass ihr mitmacht. Warte, ich muss erst mal den Wichtel wegpacken. Und der Weihnachtsmann hat uns heute wieder einen goldenen Brief geschickt. Wir sollen heute ein episches Rennen machen. Und da wir Unterstützung haben von so zwei wunderschönen Bullen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch, dass wir euch so nennen. Hallo? Möchtest du dich jetzt schick? Möchtest du dich ausschicken? Ja. Dann wird es so ablaufen, schreibt der Weihnachtsmann. Wir sollen, wir sind blind vor Liebe. Wir sehen nichts mehr. Und die zwei schönen Ladies müssen uns den Weg deuten. Sie müssen uns ansagen, wo wir hin sollen. Oder, Morgz? Ja. Genau. Genau. Das ist der Plan. Also, wir sehen nichts. Wir schauen auf den Boden. Genau. Und müssen dann auf unseren Dach. Wir scrollen so auf den Boden und sehen nichts. Und deswegen können wir das ja nicht gleichzeitig machen. Denn, äh... Ich glaube, du kann nicht aufgenommen was. Denn, wenn... Wir haben die Karte nicht aufgenommen. Denn, wenn wir beide auf dem Boden filmen, da sieht man ja nichts. Deswegen würfeln wir jetzt, wer zuerst dran ist. Worgz spielt zusammen mit Bor- HAH- Wie wird denn der Name ausgesprochen? BORAH- BORAH- Und ich bin zusammen mit der Kimber. Also, Worgz. Dann würfel mal. Wer höher ist, darf anfangen. Oder muss anfangen. Ok. Zu 11. Okay. Gut. Ich fange an mit der Kimber. Und die Kimber darf bei mir jetzt mitreiten auf den großen Drachen. Ach ne Quatsch, der Worx Der Worx reitet mit, weil er dich ja filmt. Der Worx filmt mich und ich werde jetzt nur den Boden angucken. Und Kimber muss mir jetzt sagen ja, muss mich anleiten, wo ich durchreiten muss. Und ganz wichtig, wir müssen durch die Checkpoints. Die ganzen Marks ist ein Checkpoint und dann kommt irgendwann das Ziel. Das Ziel ist glaube ich warte mal, was ist denn das Ziel? Das Ziel ist glaube ich orange. Lila. Egal. Okay. Gut. Ich hole mal einen Timer raus. Gibt es den hier noch eigentlich? Ja. Pizza. Alarmnachricht Pizza. Das ist auch schon alt. So. Mein Backofen ist abgebrannt. Da kann man keine Pizza mehr machen. Gut. Kimber, bist du bereit, dem Barclay zu einem neuen Sieg zu verhelfen? Heute, am 19. Dezember. Fünf Tage vor Weihnachten. Ich führe 102 zu 69. Ja. Okay. Bist du ready? Kimber. Ja. Weißt du, was du machen musst? Ja. Also musst du jetzt noch mal durch gelb durchlaufen oder startest du auf gelb? Ähm, ich, wir starten jetzt auf gelb. Genau. Okay. Bei drei geht es los. Eins, zwei und drei. So, ich laufe einfach mal geradeaus. Du musst mir jetzt sagen... Links, 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 links. Okay. Rechts, 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 rechts. Ja. Noch ein Stück. Dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich weiter. Okay. Nee, nicht so viel. Ja, okay. Stopp. Du bist ein Stück weiter nach rechts. Nach rechts? Stopp, du wirst dich noch drehen. Ja, stopp. Ja. Warte mal, jetzt habe ich rausgespielt. So, nach rechts. Nach rechts. So. Stopp. Okay. Und jetzt laufe ein Stück geradeaus. Noch ein Stück, noch ein Stück. Okay. Zählt das? Link, nach rechts. Ja, zählt. Okay. Rechts, 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 rechts. Lauf mal nach rechts. Ja, genau. Geht nicht weiter. Boah, da kriege ich, ich kriege richtig hier. So, jetzt laufe ich so nach links, links. Rechts, 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 rechts. Rechts, 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 rechts. Was heißt denn rechts? Wie weit? Links, links. Ich sehe Büsche. Okay, rechts. Lauf mal ein Stück nach rechts. Nach rechts? Ja, ja. Oder so nach rechts. Stopp, stopp. Nein, 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 nein. Stopp. Okay, stopp. Jetzt dreh dich ein bisschen nach links. Nach links, so. Okay, und jetzt geradeaus. Perfekt. Ah, ich habe es mal gesehen. Geil. Ich habe es gesehen. War rot. Das ist schummeln. Nein, ich sehe es ja auf dem Boden, Box. Das ist gut. Ja, was, Kimber? Box, sei doch mal leise. Weiterlaufen. Ja, ich laufe. Okay, stopp. Dreh dich nach links. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Okay, noch ein Stück. Ja, wie noch ein Stück. Jetzt nach links. Ja, da durch. Okay. Jetzt nach rechts drehen. Und weiterlaufen. Ups, ich darf nicht vor euch laufen. Okay, wir jetzt nach rechts laufen. Ja, genau. Fast wie im Dschungelcamp hier. Jetzt laufe mal ein bisschen weiter links. Links? Rechts, rechts, rechts. Nicht so stark nach links. Jetzt laufe ein Stück nach links. Ja, genau. Jetzt geradeaus. Okay. Jetzt ein Stück nach rechts laufen. Okay. Okay, oh, voll gut. Jetzt laufe noch mal ein weiteres Stück nach rechts. Noch nach rechts? Ja, jetzt noch. Ja, das ist geradeaus. Geradeaus. Ja. Ja, da war wieder mal links. Und jetzt nach links laufen? Links. Ja. Okay. Weiter. Okay, jetzt stärker nach links. Stärke nach links. Ja. Nach rechts ein Stück. Nach rechts. Okay, nach links. Böder, die Treppen runter. Jetzt nach rechts. Nach rechts laufen. Nach rechts, okay. Okay, jetzt nach links laufen. Also so ein Stück nach links. Ja. Ja. Und nach rechts. Nach rechts. Nach rechts? Okay, okay, okay. Links, 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 links. Ah, stopp. Dreh dich noch weiter. Noch weiter. Nein, stopp. Ja, was? Wohin? Dreh dich nach rechts. Nach rechts. Noch weiter, noch weiter, noch weiter. Und jetzt durchlaufen. Geradeaus. Okay, wir sind am Ziel. Ja. Drei Minuten zwölf. Also 13 habe ich jetzt geschobbt. Jetzt ist der Worgs dran. Worgs und Borahe. Ihr müsst drei Minuten 13 schlagen. Genau. Das schaffen wir hier locker. Oder? Borahe. Auf jeden Fall. Gut. Seid ihr bereit? Immer bereit. Hast du auf den Boden gescrollt? Ja, voll auf den Boden. Sehr gut. Dann filme ich dich jetzt. Okay. Ich zähl runter in 3, 2, 1 und go. Lauf los. 9 Uhr. 9 Uhr. 9 Uhr. Ne, ne, ich bin doch nicht Caden. Jetzt war nie beim Bund. Was? Was? Mach es neu. Was? Kannst du keine Uhr lesen? Lauf los. Geradeaus. Geradeaus. Worgs hat nur digitale Uhren. Gleich nach links. Okay. Geradeaus. Weiter, weiter, weiter. Umdrehen. 108 Minuten. Laufen. Was machst du denn? Dreh dich um. Keine Drehung. Ja. Ja, aber, ja, aber, soll man dich nicht sehen lassen? Ja, komm, lauf, lauf, ja, ja, gut, ja. Weiter, weiter, weiter. Okay. Also das erste Mal ist der Vox durch. Leicht nach rechts. Leicht nach links drehen. Nach rechts. 11 Uhr. Leicht nach rechts. Nach links. Nach links. Stopp. Dreh dich einmal rum. Stopp. Dreh dich einmal rum. Ja, einmal rum. Wo? So. Lauf los. Stopp. Links drehen. Ja. Weiter nach rechts drehen. Und lauf. Lauf, 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 lauf. Und durchs zweite Mal ist der Vox zu hin. Ja, ich bin nach rechts drehen. Nach rechts. Lauf weiter. Schräg rechts. Weiter nach links. Kurzes Stück. 1,30 ist vorbei. Ja. Bisschen nach links. Ja, das giltet. Ne, das giltet. Wir haben dir auch nicht gegolten. Egal. Ich hab dich einmal durchgeschickt. Ne, ernsthaft. Ich hab dich echt nicht komplett durchgeschickt. Wo muss ich hin? Stopp, 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 stopp. Dreh ich nach links. Noch mehr. Und lauf. Geradeaus. Ja, der Flügel war ja durch. Auf der ist jeden Fall. Ich weiß es. Geradeaus. Weiter, weiter, weiter. Streck nach rechts. Diagonal rechts. Der Vox läuft ein bissl verwirrend. Du, du, du hättest dich sehen, du bist Barclay. Links. Stopp. Stopp, knapp Steg. Dreh dich nach rechts. Halbe Drehung. Rechts. Junge. Dreh dich nach rechts. Was? Links, rechts. Halbe Drehung nach rechts. Beim Waldorf Kindergarten. Was? Rechts? Zwei Minuten und 25 Sekunden. Weiter nach rechts. Dreh dich nach rechts. Rechts, 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 rechts. Schräg links. Schräg links? Alter. Mach's doch lieber mit der Uhrzeit. Was? Ich kann ja keine Uhr lesen. Das ist ja das Schwierige. Stopp. Vox hattest du nur digital Uhr. Du machst es absichtlich. Why? Lauf geradeaus. Lauf, lauf. Geradeaus. Nicht rechts. Der Vox. Geradeaus. Auf einer geraden Linie. So? Ja, ist fein. Drei Minuten. Bisschen mehr nach rechts. Bisschen mehr nach rechts. Stopp. Komm zurück. Stopp. Nach rechts drehen. Drei Minuten zehn. Drei Minuten dreizehn. Damit hat der Barclay gewonnen. Wuuuuh. Wuuuuh. Kimba, sehr gute Arbeit. Yay. Das haben wir toll gemacht. Schaltet morgen wieder rein. Du musst mal den anrufen, damit ich die ansache. Am 20. Dezember auf dem Vox Games TV Kanal. Wenn es wieder heißt, der Vox lehnt die Türchen viel zu spät hoch. Wuuuuh. Ja. Das nächste Video ist... Wie viel steht es jetzt eigentlich? Die Uhr. 121 zu 69. Ja, nächstes Spiel ist vielleicht... Wie liest man die Uhr genau ab? Genau. Tschüss und bye-bye. Macht's gut. Bye-bye. Scheiß Türchen. Boah, hey. Chikimba sagt auch noch Tschüss. Tschüss. Tschüss.